– Bäm, hey, drei hintereinander, dreimal Solo-Podcast hintereinander. – Neuer Rekord, ja. – Definitiv, schon zweimal ist ein Rekord gewesen. – Stimmt. – Ja, spezielle Zeiten erfordern spezielle Massnahmen, nein umgekehrt, spezielle Massnahmen erfordern spezielle Aktionen. – When the going gets tough, the tough get going. – Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich weiss, dass nächste Woche sicher, sicher, sicher ein Gast ist, weil wir das schon aufgezeichnet haben. – Dodo. – Und übernächste Woche, überhaupt, die kriegen wir auch an. – Aber bis dahin, vielen Dank allen Menschen, die zuhören, zuhören, auch wenn es nur ich und Christoph sind. – Christoph und ich, Entschuldigung. – Und ähm, es gibt trotzdem immer etwas zu erzählen. – Also, ich habe ja schon erzählt, wie ich an einem Hundegeburtstag gewesen bin. Ähm, jetzt bin ich an meinem eigenen Geburtstag gewesen. – Oh, ich habe ihn verpasst, sorry, sorry, sorry. – Das ist völlig okay. – Herzlichen Glückwunsch, den Nachträger. – Wann hast du genau gehabt? – 1. Februar. – Ach Gott, ja. – 1.2. – Das tut mir wirklich leid. – Es muss dir überhaupt nicht leid tun. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich kenne Leute, die machen Lichten, wer ihnen gratuliert hat zum Geburtstag und wer nicht. Und aufgrund von dem bist du dann besser gerankt oder weniger gut gerankt. – Also, da wirst du so, kommst du das Ranking über … – Ja, also ich weiss nicht, ob es dann effektiv das Ranking gibt mit 1 bis 37 oder so. Aber auf jeden Fall so, ich habe mir gemerkt, die Person hat mir dann nicht gratuliert. Darum wird jetzt hier nicht eingeladen und so. Und das ist mir so fern von irgendetwasem, was ich machen will. – Sonst wäre ich jetzt in deinem Ranking gerade ziemlich runtergekalt. – Eben, aber es ist mir so scheissegal. Und weisst du was geil ist? Weil ich weiss ja auch, wie es bei mir ist. Zum Teil denke ich so gar an einen Geburtstag von jemandem. Und ich denke so, ich muss noch anrufen oder ich muss noch schreiben. Und irgendwann ist drei Tage später. Und ich merke so, oh shit. Und dann musst du halt schon sagen, hey, es tut mir mega leid. Nachträglich noch. Aber ich glaube, der Gedanke an jemanden, das ist ja das Schöne daran. Und dann ist es natürlich toll, wenn man das mitteilt. So von wegen, hey, ich habe dir gedacht, dass du Geburtstag hast, alles Liebe. Aber ich weiss, natürlich, ich nehme das nie persönlich, wenn jemand entweder meinen Geburtstag vergisst. Oder noch besser, wenn er ihn gar nicht weiss. Ja, manchmal geht einem das ja gar nichts an. So what? Ja. Aber ich habe extra mal eine Karte gekauft, so eine Gratulationskarte auf Reserve. Die heisst The Horror of the Forgotten Birthday. Das ist ein Horrorplakat und das kannst du dann jemandem schicken. Da kannst du wenigstens einigermassen originell aus der Affäre ziehen. Das stimmt. Das stimmt. Aber selbst wenn nicht, so what? Also ist doch egal. Und in meinem Fall habe ich den ersten, zweiten Geburtstag gehabt. Und am zweiten, zweiten dann so eine Instagram, Facebook Post, ich glaube Social Media heisst. Social Media Post gemacht mit, wie ich den Geburtstags-Cake ausblöse. So. Und dann haben sie, weil ich es am zweiten Postet habe, alle das Gefühl gehabt, ich hege am zweiten Geburtstag. Das heisst, ich habe dann am zweiten nochmals ganz viele Gratulationen bekommen. Und ich bin noch nicht einmal dazu gekommen zu beantworten. Und sehr viele, ich glaube auch jetzt in meinem zum Teil engeren Freundeskreis, haben jetzt das Gefühl, dass ich am zweiten Geburtstag habe. Das ist doch gut. Auch in Ordnung. Zweimal Geburtstag kannst du feiern. So wie zweimal Weihnachten gibt es doch noch. Ja genau. Aber eben. Es ist, es ist. Ich habe mir dann überlegt, wie am Geburtstag selber habe ich jetzt nicht gerade das Bedürfnis gehabt, einen Post zu machen. Das liegt nicht so in meinen Genen. Dass quasi am, frage mich nicht, fünf Uhr am Nachmittag oder so, dass dann schon Bilder postet von dir mit dem Geburtstagskuchen, wenn du dann Geburtstag hättest. Stimmt ja. Eigentlich nicht. Aber an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank schonmal allen Menschen, die gratuliert haben. Ich, also, so, direct messages und so, dort schreibe ich zurück. Wenn jemand auf den Kommentar schreibt, dann haue ich meistens ein Like drunter. Meistens. Ja. Es ist auch unglaublich, wie viele Leute einem mittlerweile über Social Media und dann gibt es eben die Agenda, wo das irgendwie abspeichert. Können gratulieren. Ja, ja. Können gratulieren. Aber ich finde das ja schön. Gewisse Leute, von denen man wirklich nur, ich schaue dann zum Teil im Facebook-Dialog nach. Und dann gibt es Leute, von denen höre ich immer nur zum Geburtstag etwas. Aber wenigstens dann. Das ist doch super, oder? Absolut. Und das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Du merkst ja, wie die Gratulationen sich gewandelt haben. Ich meine, mittlerweile hast du so auf der Facebook-Wall hast du nicht mehr so viele Gratulationen, wie noch vor ein paar Jahren, wo das so die Hauptunterhaltung gewesen ist, dass irgendwie einfach deine Facebook-Wand ist dann so gesehen. Ich weiss nicht, wie viele Dutzende Menschen haben dir zum Geburtstag gratuliert. Und dann kannst du dir deine Facebook-Wall anschauen. Und jetzt hat sich das Bezweifel verschoben. Jetzt ist es auf einmal eben mehr in den Kommentaren. Instagram haben einfach alle Kommentare geschrieben. Alle Kommentare. Happy Birthday. Lalalala. Dass dann auf einmal die Umverteilung passiert ist, sozusagen. Und es wird auch nicht origineller, oder? Also, wir schreiben dann Burzeltag. Ja, genau. H, B, D. Das kenne ich nicht. Happy Birthday, abkürzigt. Also, wenn du wirklich das absolute Minimum machen willst, dann schreibst du ohne Punkt, ohne Ausrufezeichen, ohne Smiley nichts. Schreibst du H, B, D. Das ist dann so. So wie früher KKUDM, weisst du was das heisst? Nein. Kuss klebt unter der Marke. Das hat man so in den 70ern, wenn man das so wieder bewirbt würde. So ein Liebesbrief und so noch hingeschrieben. Oh. Oh. Kuss klebt unter der Marke. KKUDM. Das nimmt ja eigentlich das bisschen Romantik, was man könnte sehen. In einem Kuss, der unter einem Briefmarken liegt. Mit der Abkürzung wieder völlig am Arsch eigentlich. H, B, D. Ja, Burzeltag ist geil. Gut, es gibt natürlich GIFs. Ich habe ganz viele GIFs gekriegt. Und zwar eigentlich immer das Gleiche von einem, der eine Maske anhat mit dem Kuchen. Der Gag weiss ich jetzt schon nicht mehr. Ähm. Also ist noch ein Spruch dazu gekommen? Nein, nein. Es war animiert und er hat irgendwie die Maske an. Und es ist halt blöd, weil das Kerzli steht und ich weiss nicht mehr, was er dann macht. Ich weiss nicht mal mehr. Ich weiss wirklich nicht mehr. So blieben ist es mir. Aber es war nicht so schlecht. Es hat mich sogar auf die Idee gebracht irgendwie, man hätte ein Video machen können. Statt, dass du auf den Zoo oder Geburtstagskuchen ausblosest, dass du eine Maske anhatst. Und dann probierst du durch die Maske den Kuchen auszublosen. Das ist so wie das Spiel mit der Schocke, wo du einpackst. Und dann müssen die Leute die Handschuhe und die Jacke anlegen. Und im Kreis herumwürfeln. Kennst du das? Das ist ein Geburtstagsspiel. Nein. Ich kenne nur die Serviette. Es ist sehr Covid-friendly. Die Serviette hast du so angesogen ans Mund. Und danach gehst du sie zu der nächsten Person, wo sie dann auch wieder anziehen muss mit dem Mund. Bis irgendwann runterkommt und die Person, ich weiss nicht, was sie dann macht. Entweder zieht sie sich aus, wird gepeitscht oder muss jemand küsse. Ich weiss wirklich nicht mehr. Alle Sachen, die man jetzt wie Covid sowieso nicht macht. Ja, es ist sehr Covid-friendly. Also sicher gleiche Sachen, wie wenn dir jetzt ein Stückchen Brot ins Fondue fällt. Da musst du ja ganz schlimme Sachen machen. Ja, stimmt. Sollte man nicht machen, ja. Ein Lied singen. Nackt. Aha, ja genau. Einen Witz erzählen. Nackt ums Haus rennen. So ein Strip-Hocker-Fondue meinst du? Das hat es auch gegeben, ja. Also wir haben schon viel gemacht. Nackt. Auch Klassiker ist dann halt eben, vor allem wenn du in einer Berghütte bist oder so. Dann musst du nackt um den Schnee. Nackt in den Schnee gehen, ja. Das habe ich einmal machen müssen. Mhm. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, wie man meint. Das wird übrigens Thema sein mit dem... Genau, da habe ich gerade gedacht. Das ist das Dodo-Thema. Genau, mit dem Dodo. Mhm. Wie nach in... Also nicht das Nacktschnee-Fondue, aber Kälte. Eigentlich alles. Doch, Nacktschnee, aber ohne Fondue. Ja. Dafür mit Wanderschuhen. Irgendwie so. Ja. Und was habe ich gemacht an meinem Geburtstag? Ich habe absolut safe gefeiert. Also sowieso, ich glaube zwei Tage oder drei Tage vor dem Geburtstag, noch testen. Weil jemand kennt, wo jemand kennt, wo jemand kennt, wo positiv getestet worden ist. Und in meinem Fall, dann ist irgendwie noch ein Ergebnis offen gewesen. Ich habe aber schon gewusst, dass ich hierher komme, um mit dir einen Podcast aufzunehmen. Also habe ich am Tag vorher noch einen Test gemacht, der negativ war. Damit ich gutem Gewissen hierher kommen konnte. Weil bis dorthin habe ich eigentlich... Extra wegen mir, das finde ich auch super nett. Ja, bis dann habe ich in Isolation... Nicht ganz nur wegen dir. Dort wäre noch der Plan gewesen, dass ich noch ein paar andere Gäste komme. Und dort musste ich auf das Testergebnis von einer anderen Person warten, die in Kontakt war. Und das hat sich verzögert. Dann habe ich irgendwann gesagt, fuck it. Und habe schnell so einen Test organisiert. Also bin dann gegangen, testen, Ergebnisse, alles gut. So, darum habe ich ja gewusst, für mich voll easy. Auch mit dem Geburtstag. Und wir haben ja eine Fünferbegrenzung. Und gut, Haushalt sind eh schon zwei Leute und der Hund. Also sind es je drei Menschen gewesen, die noch gekommen sind. Am Abend, wo ich in den Geburtstag reingefiert habe, sozusagen. Und am Geburtstag oben selber. Und dann habe ich gemacht, Geburtstag oben reingefieren mit Freunden. Und am Geburtstag oben selber mit Familie. Das Leben ist nicht einfacher geworden. Also man muss sich organisieren. Ja, man hat sich extrem organisiert. Also ich habe eigentlich insgesamt sechs Leute eingeladen. Und zwei Oben verteilt. So. Und das war noch easy. Einen Tag oben haben wir Tei bestellt. Voll, gell? Wirklich, möglichst simpel. Und am zweiten Oben habe ich, also am Mittag schon angefangen, habe ich ein Bolognese selber gekocht. Das ist doch auch etwas. Das ist gar nicht so schlecht geworden. Und am zweiten Oben haben wir auch mein Geburtstag, ein Weihnachtsgeschenk, das ich meinem Vater geschenkt habe. Tipp Kick. Kennst du noch Tipp Kick? Ja, das ist so die Fussballmannsköckerli da und so. Oder was ist das? Das haben wir herausgefunden. Wir sind dieses Jahr hundertjährig. Es gibt seit hundert Jahren das Spiel. Und du hast so ein Fussballfeld und du hast so ein Mannsköckerli, wo das eine Bein sich so bewegen kann, wenn du oben drauf drückst. Und dann hast du so einen Ball, so einen Plastikball. Und danach musst du dann ins Goal schiessen. Aber genau das haben wir ja auch bekommen. Unser Sohn hat das von seinem Götti bekommen. Ja. Und dann haben wir das gespielt. Und mittlerweile steht das Feld vor dem Fernseher. Und es spielen eigentlich nur noch Katzen dort im Moment. Wirklich? Ja. Aber die hat auch Freude. Bei uns ist es jetzt... Ich hatte es als Kind. Dort hat es mein Vater mir geschenkt. Und ich habe es jetzt meinem Vater nicht das gleiche, sondern ein neues Retro Edition. Aber mit so schicken Goals und so. Das habe ich eben... Also haben wir eben auf Weihnachten geschenkt. Und dann hat er gefunden, wir müssen mal spielen. Und dann haben wir das schon mal gemacht. Und jetzt, an meinem Geburtstag, haben wir ein richtiges Turnier gemacht. Weisst du, wo du dann quasi zuerst machst Gruppenspiel und dann machst du Halbfinale und dann machst du Final. Und das war recht lustig. Das war wirklich recht lustig. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe früher noch nie so eines gehabt. Also das ist quasi jetzt noch etwas, was ich verpasst habe, aber was jetzt offenbar retromässig wieder voll im Trend ist. Irgendwie. Also, weisst du, ich lebe so durch so ein Spielzeugladen und sage noch so, da finde ich eh nichts für meinen Vater. Also weisst du, ich muss mir irgendetwas anderes überlegen. Das ist ja oft so, dass du irgendwie durch den Laden läufst und denkst, das könnte noch etwas sein, das könnte noch etwas sein. Und dann sehe ich jetzt einen Tippkick. Und dann denke ich so, das wird's. Und dann finde ich es super geil. Und es macht recht Spass. Also, das ist das, was wir gemacht haben. Ja, und jetzt sind wir da aufgenommen, der Podcast. Und ich habe immer noch nie allen Menschen geantwortet auf den Geburtstag. Du kannst das ja eben in Podcastform machen. Ja, ich tue eben, den Menschen, den wir direkt geschrieben haben, probiere ich schon direkt zurück zu schreiben. Ja, ja. Mit so, mit so, ähm, meistens so einen Satz, den ich plus minus immer habe. Und dann aber tue ich ihn noch so ein bisschen drum herum bauen. Mit irgendwie... Nicht nur den Namen, sondern dann irgendwie noch... Ja, bis persönlich so. Ja, je nachdem, was sie geschrieben haben. Also weisst du, wenn sie nur geschrieben haben, Happy Birthday, dann schreibe ich auch einfach, hey, danke vielmals. Ja, aber wenn sie geschrieben haben, ähm, was mega oft passiert ist, du bist, äh, einer der bestaussehnendsten, lustigsten, tollsten Menschen, den ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Die sind einfach nur ehrlich, oder? Absolut. Ja. Du hast es erkannt. Ja. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Dann schreibe ich natürlich zurück. Stimmt. Ja. Ich weiss. I know. Ähm. Ja, darum, das werde ich jetzt noch machen, auf jeden Fall. Hast du, äh, Jim & Andy schon geschaut? Nein. Aber, sie haben viel zugehört, und sie haben mir viel schon jetzt geschrieben, dass sie, äh, dass sie nicht mitgekriegt haben, dass es da Filme irgendwie gibt, und entweder angefangen haben oder schon geschaut haben. Und es sind alle zumindest fasziniert. Ja. Also, äh, ich weiss nicht, ob es allen mega gefallen hat, aber faszinierend ist es auf jeden Fall. Weil es ist wirklich zum Teil, wenn du zuschaut, äh, habe ich mich dann auch erinnert, es ist zum Teil auch anstrengend. Weil halt eben der immer in dieser Figur bleibt. Und du hast so ein bisschen, du hast zum Teil ein bisschen Mitleid, weil du oft so denkst, oh, alle die Menschen schaffen jetzt an diesem Set, und der andere ist einfach crazy. Das ist doch auch noch die Story mit dem Boxer, oder, wo er da irgendwie in den Boxering gestiegen ist, oder? Genau, der Andy Kaufman, also schnell zum Erklaren, Jim & Andy, der Doku vom, äh, Jim Carrey, wo er, der Andy Kaufman spielt, und er für die ganzen drei Arbeiten in der Rolle bleibt. Haben wir letztes Mal, vorletes Mal besprochen. Ja. Und in Acht hat der Andy Kaufman mal ein Duell gehabt mit einem Wrestler und hat dann auch noch gegen Frauen gerestelt. Das hat ja dann, der Stefan Raab hat das ja dann kopiert. Der hat dann auch das Boxen daraus gemacht, mit der Regina Halmich. Ja, bei ihm ist es Wrestling gewesen, bei dem Andy Kaufman, ja. Der Raab hat sogar, Fun Fact, eins zu eins, den ganzen Monolog genommen, vom Andy Kaufman, der zu dem geführt hat, dass er dann geboxt hat gegen die Regina Halmich. Weisst, mit all diesen extra ähm, wahrscheinlich sehr sogar frauenfindlichen Kommentaren und Jokes und so, und das schwache Geschlecht und ta-ta-ta-ta. Das hat das alles aufgebaut, damit er dann eben eben wrestlen konnte, der Andy Kaufman, oder der Raab konnte und Boxen. Und lustig, wie schon nur irgendwie... Weisst du, was ich gesehen habe, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre Unterschied, keine Ahnung. Wie schon nur das, wie du merkst, dass das dann schon nimmer in die Zeit passt. Als es der Raab gemacht hat, ist es dann eigentlich schon too much gesehen. Hat der Raab das quasi mehr als Hommage gemacht? Oder ist es einfach Copycat? Hat er es einfach kopiert? Das haben wir ja mit Renato Kaiser besprochen. Harald Schmidt ist ja absolut Copycat gewesen und Raab auch. Die Deutschen sind Weltmeister im Kopieren, oder? Also gerade jetzt im Comedy-Bereich. Ja, es ist vor allem heute eine andere Zeit gewesen. Ich meine, jetzt gibt es auch sehr bekannte Komiker, die ganze Nummern kopiert haben, oder? Abgesehen von Fernsehsendungen. Dass eine Fernsehsendung kopiert wird und irgendwelche Inhalte, das ist nichts Neues. Ich meine, als ich eine Late-Night-Show gemacht habe auf einer Bühne, was habe ich gemacht? Ich habe einen Monolog gehalten, nachher bin ich an dem Pult gesessen, da haben wir irgendein Sketch gemacht. Dann hat es einen Einspieler gegeben, wo ich irgendwie an der Sexmesse besser bin, oder das, oder das, oder das. Das ist, ich meine, ich will nicht wissen, wie viele lustige Clips gibt es von irgendeinem funny Moderator oder eine funny Moderatorin, wo an eine Sexmesse geht und ein bisschen das Zeugs anschaut und dann irgendwie mit den Leuten interagiert. Das ist schon hundertmal gesehen. Wie oft hast du schon gesehen, wie sich jemand betrinkt vor Kamera und dann etwas machen muss und so weiter und so fort. Das ist ja alles per se nichts Neues. Aber was sich geändert hat, ist, dass mittlerweile du trotzdem ein bisschen anderen Ansatz brauchst, weil die Leute das Original auch sehen können. Also wenn halt in den 90ern Schmidt oder Raab gesehen hast, dann musst du sehr informiert sein und du hättest auch irgendwelche spezielle Quellen gebraucht, um die Original-Sendungen zu sehen. Also Conan O'Brien und David Letterman hast du halt nur mit Satelliten gekriegt. Oder Conan hast du dann irgendwann auf CNBC ab und zu schauen können. Und ja vieles auch jetzt erst so als Tageslicht, Sachen, wo man, das ist, wo man meint, es sei von dem und dem. Dieter Haller, Didi Haller geworden. Ja. Ich hätte gerne eine Flasche von Frit Palim Palim, das ist ja auch nicht von ihm. Das hat er auch von irgendjemandem. Er hat es eingekauft von jemandem. Gut, das ist wieder etwas anderes. Ich meine, das hat Otto ja auch gemacht. Otto hat auch Sachen eingekauft. Ja, er hat vor allem sehr gute Gags geschrieben gehabt, die neue Frankfurter Schule. Genau, und hat auch das einmal gekauft und hat gefunden, wenn ich es jetzt habe, dann spiele ich es jetzt einfach. Darum spielt er es seit Jahren. Aber ich meine, es ist ja besser, es hat man besser gut kopiert als schlecht erfunden, oder? Ja, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du etwas einkaufst. Ja. Also eben, du hast Autoren, du zahlst die. Und es gibt natürlich auch zwei andere Geschichten, von meistens ist es zuerst kopiert, jemand sagt, hey, das habe ich geschrieben, dann einigt man sich, und dann heisst es nachher, wir haben das zusammen geschrieben. Also da gibt es im Deutschen auch ein paar Beispiele. Aber das ist sicher ein Unterschied zu, ich kaufe etwas, weil dann zahlst du wenigstens dafür, und es ist irgendeine Leistung erbracht worden, die halt mit einem gewissen Preis dotiert ist, und du machst das dann. Das ist ja in der Musik nicht anders. Ganz cool. Die Person schreibt den Song für dich, du kaufst den Song, du performst den, die Leute haben das Gefühl, es ist dein Song. Oder halt einfach dreist kopieren. Das ist, vor allem in den USA, früher ist das ein Riesenproblem gewesen, dass irgendwelche Newcomer auftreten sind. Die haben eine super Nummer. Das ist so, die Nummer, an der schaffen sie seit zwei Jahren. Dann sitzt ein Autor drin, schreibt die ab, gibt sie einem grossen Star, verkauft sie den. Und nie im Leben wirst du dann argumentieren können, ich als kleiner Newcomer, das ist meine Nummer, und jetzt spielt sie den Superstar. Das ist jetzt viel einfacher, du hast Zeitstempel, du kannst nachschauen gehen, schau, diese Person hat auch den Joke dann und dann schon geschrieben. Es gibt aber auch ein bisschen das Problem, dass wie oft hast du paralleles Denken, vor allem bei Sachen, die ein bisschen offensichtlicher sind, und danach hat wieder auf einmal Tiepstall geschraut, weil drei Menschen, etwa in Amerika, etwa in England, etwa in Deutschland, drei Menschen plus minus der gleiche Gag haben zu einem Thema, wo du dann so denkst, ja, hat jetzt wirklich jemand gestohlen oder kommt man halt einfach sehr schnell auf die Idee? Also das Phänomen gibt es ja auch in der Technik, dass gewisse Erfindungen gleichzeitig an verschiedenen Orten gemacht werden. Also das ist, glaube ich, beim Telefon so gewesen, das ist auch beim Film so gewesen, dass gleichzeitig mehrere Leute irgendwie darauf gekommen sind, weil Zeit einfach reif gewesen ist für irgend eine Idee oder irgendeinen Sprung, und dann ist der Sprung halt bei verschiedenen Leuten passiert. Ohne dass der eine dem anderen das jetzt irgendwie bewusst oder unbewusst, also eben dem sie nur unbewusst kopiert hat. Es ist ja dann zum Teil auch wirklich offensichtlich, der nächste Schritt, also im Technischen oder in der Comedy, ist es vor allem, was News betrifft, oder? Wie oft hast du Late-Night-Shows gehabt, wo dann den gleichen Trump-Joke hatten, nachdem er das und das gesagt hat? Weil einfach die Verknüpfung hat extrem Sinn gemacht, das dann mit dem zusammenzulegen oder was auch immer. Ja, das gibt es immer wieder. Habe ich mal erlebt, bei der allerersten Ausgabe von meiner Late-Night-Show, also Primetime-Show hätte ich geheissen, im, weiss nicht, Oktober, Oktober 2010, ist frisch ein News gesehen, dass es, ähm, dass es jetzt neue Hochzeiten im Angebot gibt, bei McDonalds. dass du vielleicht in McDonalds geheiraten könntest, die das wirklich so als Package verkauft haben. Geburt, Kinder, Geburtstag gibt es ja schon länger, aber dann auch Hochzeiten. Genau, und dann gibt es auch noch Hochzeiten, ja, und das ist, glaube ich, sogar englisch in News gesehen, oder, ich weiss es nicht mehr, vielleicht auch eine amerikanische. Und irgendwie sind wir auf die News gestossen, und dann hat der, der Alain Eicher, der mit mir damals geschrieben hat, für die Show, und ich, dann haben wir so ein paar Gags dazu geschrieben, völlig simpel, ja, das Ding nennt sich Mac Wedding, und, ähm, der Ronald McDonald tut dich dann einfach möhlen, und, äh, auf, 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 auf einen Finger kriegst du einen Ziebelenring, und einfach so Zeugs, ja. Und das sind easy jokes gewesen, ein bisschen Lacher gegeben, ha, 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 irgendwie, glaube ich, zwei Wochen später oder so, schaue ich Russell Howard's Good News, grossartige Show, ähm, grossartiger Comedian, und, und danach hat er erzählt, hey, zur gleichen Zeit rausgekommen, ich habe es einfach zwei Wochen später geschaut, ähm, wir haben, äh, da News gekriegt, irgendwie aus der USA, oder was auch immer, McDonalds macht Hochzeiten, äh, ich habe das Gefühl, die sehen so aus, und dann haben sie eigentlich die Gags, die wir geschrieben haben, sie haben halt ein grösseres Budget, sie haben dann ein effektives Sketch draus gemacht, wo du siehst, Mann und Frau, die Kamera zoomt zurück, dann siehst du Ronald McDonalds dort stehen, oben siehst du das Logo, Mc Wedding, und dann nachher zeigte jemand noch, jetzt sind ja Mann und Frau, und am Schluss siehst du, wie so ein Zäbelring aufgesteckt wird. Das kann ja kein Zufall sein, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Spion, wo da, welche Tryouts und, und kleine Veranstaltungen geht, und das nachher gross geht. Es ist so, es ist so offensichtlich, es ist, es ist, du, wahrscheinlich der einfachste, gemeinsame Nenner, in dem Moment, oder? Logisch, was denkst du, bei Hochzeiten im McDonalds, irgendwann kundst du auf ein Zäbelring, es ist einfach so. Bietet sich irgendwie an, ja. Bietet sich sehr an, und, und dort weiss ich noch, wie ich dann so ein bisschen gesehen bin, oh shit, ich sehe das, wenn ich das schon gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte die Jokes auf der Bühne nicht gemacht, oh, dann, dann kannst du dich wirklich selber kaputt machen, also, es gibt, es gibt irgendeine Grenze zwischen, ähm, sicher nicht zu stehlen, äh, bewusst, sowieso nicht, unbewusst, kann ab und zu Thema sein, wenn jemand merkt, hey, ich mache den Joke schon lange, und du machst ihn jetzt auf einmal auch, oh, was macht man denn, sorry, habe ich nicht gewusst, bla, bla, gibt es auch, aber wenn es dann, wenn es dann irgendwann, ähm, Ausmass annimmt, wo man sagt, ich habe auch schon mal darüber nachgedenkt, etwas über Religion zu machen, also, weisst du, aber gibt es so etwas wie ein Joke-Patentamt, dass du quasi, kannst du deinen Joke schützen lassen, nein, gibt es nicht, also, früher haben wir auch mal gesagt, oh ja, du musst die Idee, äh, aufschreiben, in eine Scouverture, und dir selber zuschicken, dann hast du dir den Beweis, dass sie, wenn du den Poststempel hast, du dir die Idee, ganz im Manuskript hast du dir ja immer so geschickt, ja, ja, wirklich gemacht, ja, ja, Bücher und was auch immer, wenn halt noch nicht der Verlag dahinter gesehen ist, dass, eben, hättest du ja kein ganzes Buch stehlen können. Also, ich hatte also einen Kollegen, der hat auch mal, wenn wir so geredet haben, oh, das und das, wo wir so, äh, Domain, UL-Namen, die Drehkosten sind, das und das müssen wir noch schützen, und so, und dann haben wir so darüber geredet, und dann habe ich gemerkt, ist ja das heimlich gehen, oder, ist ja die Domains kaufen. Und jetzt? Ja, je nachdem, also, mit gewissen hat er vielleicht Geld verdient, mit anderen nicht, ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, wo ich wahrscheinlich nie werde brauchen, Es ist ja früher, oft hast du ja zum Beispiel probiert, Namen zu schützen, für eben irgendwelche Marken, also, ein Beispiel ist immer gesehen, Parfum, oder? Du hast immer das Gefühl, es gibt schon alle Begriffe, die es jemals gegeben hat, für einen Parfum, und dann kommt irgendwann wieder irgendetwas mit, äh, weiß ich auch nicht, was ist momentan, Invictus, oder irgendetwas, wo du sagst, ah, es hat doch noch ein Wort gegeben, das es noch nie als Parfum gibt, und mein Vater hat immer gesagt, er hat früher noch, hat er auch alles so Parfum-Namen schützen, ähm, weil er so viele Ideen gehabt hat, und es ist alles dann irgendwann mal auftaucht, als Parfum-Namen, vielleicht hat er viel Geld verdient, vielleicht wäre es auch absoluter Bullshit gewesen. Deshalb sage ich immer, man muss diese Idee, die man hat, auch umsetzen, oder? Aber, gut, wenn man jetzt vielleicht nicht im Parfum-Business ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren würde, ja, aber ja, zum Beispiel, ich weiss noch, das ist irgendwie, was ist das, ich sehe, in einem Fall 2000 oder so, kommt David Beckham, und sie, äh, sie Parfum heisst Instinct, ja, gibt es tatsächlich noch nie ein Parfum, wo Instinct heisst? Oder, schützt sich das Zeugs gar nicht, gibt es eben nicht riesig Instinct? Who knows, ja, es ist blöd, wenn du auf Deutsch sagst, dass du dann sagst Instinct, aber, ja, aber das ist, wie ein Parfum, ja, komisch, wenn dann irgendwie, stinkt, steil abdeckt ist, und so, es gibt, aber das mit der Autotüre, wo dann irgendwie einen Teil vom Namen verschwenden, dann hat es eine andere Bedeutung. Ja, genau, du musst, du musst immer sehr darauf aufpassen, dass das nicht passiert. Oder dass irgendwelche Autonämen in anderen Kulturen irgendetwas Unanständiges heisst, und ich weiss nicht, da gibt es ja, gibt es ja so Listicles, ja, 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 so peinliche, Namensgebungen. Das ist vor allem, vor allem blöd, wenn du es dir noch detauieren lässt, dann, dann wird es ganz schwierig. Wenn du einen Schreibfehler hast im Tattoo, das ist besonders hart, ja. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Über Ideen und Gags klauen und so weiter. Ja, 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 und wie sind wir auf Gags klauen gekommen? Irgendwie wegen, ah, wegen Andy Kaufman, das haben wir uns ja fertig erzählen. Und zwar, dass eben im Original der Andy Kaufman, ähm, dann eben auch noch mit einem Wrestler, und mit dem hat er wirklich Stress gehabt, also der Wrestler hat wirklich den Andy Kaufman nicht mögen, ja. Und da, ich glaube, sie ist der Original Wrestler, kommt dann eben wieder an das Filmset, und hat dann irgendwie einen Teil, wo er mitspielt, und keine Ahnung, irgendwie so ist das gelaufen. Also der Original Wrestler vom Andy Kaufman ist nachher beim Man in the Moon Filmset vom Jim Carrey gewesen. Auf jeden Fall ist er mal dabei, ich weiss nicht, ob er mitspielt, oder ob er irgendwie als Berater kommt, oder auf jeden Fall ist er vor Ort. Und Jim Carrey hat dann als eben Andy Kaufman, wo er in der Rolle bleibt, hat es geschafft, da wieder so absoluter Wissgelut zu treiben, dass da wieder mega-hassig ist auf ihn. Und das Gleiche auch im Umgekehrten mit der Familie von Andy Kaufman, wo dem so das Gefühl gehabt hat, das ist ein, fast. Also, was, ich glaube, ein richtig absurdes Erlebnis muss sein, wenn du quasi... Wenn du so in der Rolle ein verstorbenes Familienmitglied hast, wo in irgendeiner Art und Weise aber gleich wieder zum Leben erweckt wird. Wir haben übrigens Live-Publikum gerade da. Hey. Geil, ich sehe, ich mache ein paar Fötchen. Und er hat eine richtig stylische Schnauze. Das ist so ein klassischer Kreis-Kaib-Käbster. Keiber Zürcher, ja, genau. Keiber Zürcher, du... Ähm... Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Nein, nein, ich kenne es. Normalerweise sitze ich ja da drinnen und man muss irgendwann mal überlegen, ich bin so oft abgelenkt von Sachen, die draussen passieren. Ja, das Hirn ist sehr schlecht für solche Zürcher. Weil halt einfach jemand schwarzt da und hinter da, ich meine... Ich schaue, ich fände einfach den Storen abgeladen, dann ist das, ja, ich finde es auch mal immer so spannend, es ist auch ein bisschen wie Fernsehen schauen, wenn du da rausgehst, was da alles an dieser Kreuzung passiert. Ich weiss aber nicht, wie fest die Gäste sich dann wohlfühlen, wenn quasi alles abgedunkelt ist, wenn du sagst, hey, komm mal den Podcast-Kauf nehmen und dann kommen sie und dann lasst du die Storen abgeladen, schliessen die Türen ab. Meinst du, so mit der Fernbedienung und dann so die Gerichtsstimmung ändert sich, sehr verdächtig, ja. Darum war ich sie nicht so recht. Aber das ist wirklich mein Problem, ich bin ja so ein Fernsehkind, dass wenn irgendjemand in einem Fernsehen läuft, dass ich drauf schauen muss. Ja, das habe ich auch schon auch mal mit meiner Ex-Freundin wo man irgendwann sagt, du schaust mich die auch nicht mehr an. Es ist einfach irgendwie so und es ist gar nicht mal etwas Gescheites gelaufen. Ich bin einfach wie ein Magnet angezogen gewesen von irgendeiner Basketball-Überträgung oder irgendwas oder so. Ja, also ich habe mal ein Bit darüber gemacht und es ist eine wahre Geschichte gewesen, wie ich ein Date hatte. Wir gehen in ein Restaurant, wo nie ein Fernseher steht. Außer dann oben, weil die Champions League war. Und wir so hinsetzen und der Fernseher wirklich genau hinter ihr ist. Und wirklich wahr, irgendwann ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich glaube, das bringt es dir. Ja, das hast du dir erzählt. Das kann ich gut nachvollziehen. Da ist mir fast eindriger gegangen. Ja, z.B. alles in den USA ist so schwierig. Also klar, du hast Sportsbars, da bist du ja komplett überfordert, weil es nichts anderes als Fernsehen hat und Shows und so. Pubs gibt es auch, ich bin mal an einem, ich bin mal an einem Polter Weekend gesehen, in Edinburgh, Schottland. Schotte, ja. Ja, und wir sind natürlich, was machst du sonst dort, wir sind in Pubs, in ganz vielen verschiedenen und das eine, wo wir reinlaufen, ist ich glaube sogar das erste gesehen, weil es ist alles super gut drauf und so und dann läuft im Fernsehen Golf und gut, ich habe jetzt auch schon zwei, drei Mal gegolft, ich finde es easy Sport, ich finde es darum ein bisschen spannender zum Zuschauen als auch schon, aber es ist glaube ich nicht das Spannendste, was man schauen kann. Ja, es ist eher ein langweiliger Sport, also es gibt es schon Spannendes zum Zuschauen. Golf im Fernsehen, das ist ziemlich abstrakt, ja. Genau, und es läuft Golf und einer hat irgendwie so eine, frage mich nicht, vier Meter Putt, so kurz vor dem Loch, oder? Und ich will einen Witz machen, es sind irgendwie zehn, zwölf, fünfzehn Leute, keine Ahnung was, und ich will einen Witz machen und sage denen so, oh, schaut, schaut, Achtung, der geht dann gerade rein und denke so, ich mache jetzt im Witz, wie unglaublich spektakulär das ist, daran der Putt, der Ball geht rein und ich will so übertrieben jubeln, um die anderen unterhalten und im Moment, wo der Ball rein geht, jubelt das ganze fucking Putt, alle so, huah, und man hat sich rausgestellt, es ist irgendwie, keine Ahnung, wie das heisst, in der Cup, wo, ich weiß, Europa gegen die USA spielt, und das ist der entscheidende Putt gesehen, wo Europa zum Sieg verholfen hat, und darum sind alle in diesem Putt, sind irgendwie vor Riesenpeins gesehen und haben einfach zugeschaut, wie der andere jetzt da alle reinputtet, und wo er das gemacht hat, sind sie komplett ausgerastet, als hat jemand Champions League gewonnen. Also ich glaube, Golf ist gross in Schottland, ich weiss es nicht genau, aber ich glaube, der Trump hat doch dort auch einen Golfplatz, oder? Ja, er ist ja mal vorbeigegangen, um Ihnen zu erzählen, wie toll sein Golfplatz ist, den er bei Ihnen hat. Ja. Nimm mich mal an. Ja, ja, Schottland, ich habe sehr wenig Polos, und du solltest ja Polo anziehen zum Golfen, und als ich in Bayern so einen Golfkurs gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich genau zwei Polos habe, nein, stimmt nicht, dass ich eins habe, das zweite habe ich dann ausgelehnt gekriegt vom Kollegen, und zwar habe ich einen langen Ärmelings von meinem guten Freund, von der Familie, der jetzt ein kleines Häuschen hat in Schottland, ich bin schon zweimal dort gewesen, und dann hat er mir das geschenkt, nämlich ein Polo mit dem Wappen vom Haus, weil das Haus gibt es natürlich schon seit, weiss nicht wie viele, 100 Jahren, und das hat natürlich ein eigenes Wappen. Und dann hat er mir so eine, das hat er mal machen lassen, ein paar Polos langärmlich kriegen, und dann steht das Wappen drauf. Also bin ich natürlich mit dem Polo bei dem Golfkurs rumgelaufen, und dann habe ich gemerkt, dass eben Schottland ein riesen Golfplace ist, weil jeder Mensch, der mich sieht mit dem Polo, hat nicht gewusst, was das jetzt ist, steht auf irgendetwas, bla bla bla, Scotland und so eine Wappen, und dann so, ach, warst du schon in Schottland, warst du da Golf, in toller Plätze, wie heisst der Platz, und weißt, alles so, so ein super Insider-Talk, und ich so, ey, keine Ahnung, das ist von irgendeinem Haus, und irgendwann habe ich gemerkt, das ist fast cool, und ich sage, ja, ja, klar, ich bin schon in Schottland. Ich weiss. Guck, 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 ich weiss, ja. Handicap, klar. ich kann mir auch vorstellen, es ist natürlich perfekt, perfekt Klima. also, du musst, du musst nicht, ähm, du musst wahrscheinlich nicht für horrend viel Geld die, die, äh, Anlagen immer bewässern und green behalten und schön im Schuss behalten, weil, du hast so eine schöne, grundsätzliche Feuchtigkeit, wenig Sonne. Die bewässern sich quasi selber, weil sie so erhöht sind. mit saftiges Green, also, wenn du in Schottland mal so ein bisschen durchs Land gehst, das ist, ich bin leider noch nie in Schottland zu sein, das ist noch auf der Bucketlist, das muss ich unbedingt mal machen, wahrscheinlich auch so, unbedingt, um irgendwelche Löcher, also, das Loch Ness und so. Unbedingt. Also, das Loch Ness ist, ja, ja, ist nicht mal so spektakulär, zum Beispiel, also, zu diesem Häuschen, ähm, fährt man von Edinburgh, fährt man am Loch Fein vorbei. Das ist weit klasse. Das ist jetzt so wirklich, wenn du es auf der Karte anschaust, also, ich habe ja viel dort, so ein richtig, fast schon Fischgrätmuster, wo du einfach das Wasser in der Mitte hast und du hast einfach immer so kleine, so Halbinseln, wo so ein bisschen raus schauen und das geht ewig und darum hast du zum Teil zehn Kilometer Luft, äh, Luftdistanz, aber du hast eine Stunde, und weil du mit dem Ander dort alle die Ränkeli-Ränkeli rund um das Loch musst machen und beim Loch Fein, ich weiss nicht, wie sehr du Meeresfrüchte gerne hast, beim Loch Fein gibt es... Nicht so. Nicht so? Ach! Ja. Da gibt es so einen austeren Ort, wo du quasi Take-Away, so ein kleines Läderli, du kannst aber auch dort und es ist einfach genügend Geiles, also oft zum Vorbeifahren. Bei uns, bei uns würdest du in irgendein, in irgendein Fastfood-Ding gehen, komm, du hast schnell einen Cheeseburger, einen Drucker auf dem Weg und dort dann sagst du, komm, lass uns jetzt sechs austeren. Also, ich hätte jetzt eher vermutet, aber das ist das Vorteil, dass jetzt Schottland, dass man da eher so kulinarisch relativ tief fliegt, also dass da nicht viel läuft, so wie die englische Küche auch nicht so... Weiss ich, wenn du Meeresfrüchte nicht gerne hast, weiss ich nicht, wie viel Kulinarisch-Spass du wirst haben. Wenn du Meeresfrüchte gerne hast, dann ist es natürlich, also grundsätzlich Fisch und so, dann ist es ein Traum. Weil ich meine, eben alle die Lochs, alle die Häfen, da wird quasi gefangen und direkt in die Pfanne geschmissen. Das klingt spannend. Ich bin halt in den Bergen aufgewachsen, in Davos, dort, ja, sind die Meeresfrüchte schon verdorben, wenn sie ankommen, oder nicht mehr so frisch. Wobei, mein Vater hat ja, mir hat das mal erklärt, es stimmt ja nicht einmal. Mein Vater hat nämlich, wo er in Samad ein Restaurant kam, das ist ein Teil von den Restaurants, wo er betrieben hat, zuerst war er drei Jahre auf dem Berg, dann ist er ins Dorf runter und dort hat er für drei Jahre ein mediterranes Restaurant geführt. Ah, vielleicht ist es einfach eine Kultur, wo man nicht so pflegt, sonst steht in den Bergen. Und es ist eben so ein bisschen gesehen, ein paar Leute haben gesagt, wieso machst du ein mediterranes Restaurant in den Bergen, das soll ja Fondue und Raclette und so klassisch, oder? Und mein Vater hat dann zurecht gesagt, wenn du eine Woche in den Bergen bist, kommst du am ersten Tag kommst du Fondue essen, am zweiten Tag vielleicht etwas Grill, dann gibt es vielleicht noch Raclette und spätestens am vierten Tag willst du mal etwas anderes essen. Und, ähm, und er hat mir dann erklärt, was ja eigentlich noch Sinn macht, der Fisch, den du an vielen Orten kriegst, ist frischer, weil der, wo er auch immer gefangen wird, eigentlich dann ziemlich schnell gefroren wird, und zwar eigentlich fast direkt, er bezieht ihn raus, wird gefroren, wird transportiert, und wird erst wieder aufgetaut, in der Küche, wo er dann zubereitet wird. Das heisst, effektive Zeit, wo der Fisch gesehen ist, ist mega kurz. Ja, wobei, wahrscheinlich, der Feinschmecker würde sagen, ja, wenn der schon mal eingefroren und wieder aufgetaut ist, ist es nicht mehr so total. Absolut, sicher, sicher gibt es irgendwelche Geschmacksveränderungen, ich weiss nicht, ob ich Lust habe, aber sicher gibt es Veränderungen, aber was die Frischheit anbelangt, ist wahrscheinlich nichts frischer als ein Fisch, der eben gerade gefroren worden ist. Wahrscheinlich schon, mittlerweile hat man wahrscheinlich auch bessere Techniker, aber man hat einfach in Davos die Kultur nicht gehabt, 70er, 80er, wo ich dort aufgewachsen bin. Salsitz? Ja, wie viel Salsitz hast du gegessen? Wahrscheinlich auch, ist Nachfrage viel, und wahrscheinlich ist es, also ich habe mich in meiner Schulzeit vor allem von, wo ich dann allein in der Wohnung war, vor allem über Mittag von Fertigpizzen ernährt, aber, Kenne ich die Phase. Aber, aber nein, ich glaube, es ist einfach, das wird dort nicht verlangt und so, da wollen die Leute Fondue und Raclette essen oder Salsitz oder irgendwelche Pizockel oder keine Ahnung, aber da hast du einfach nicht so die Kultur, oder? Nein, und ich muss natürlich sagen, dass die Bündner, ich weiss nicht, was die Walliser alles so haben, aber die Bündner haben natürlich eben noch Pizockel, Kapunz, also, bei denen gibt es auch noch mehr Spezialitäten, habe ich das Gefühl, als im Wallis. Ich tue jetzt wahrscheinlich im ganzen Wallis mega Unrecht, aber, ich weiss nicht, was eine klassische Walliser Spezialität ist, ausser wie. Du kannst einfach wie rein schütten, bis zum geht nicht mehr. Weiss ich jetzt auch nicht und eben da, wenn man ja in Davos ist und kann man da Skifahren, da fährt man auch nicht einfach so unmotiviert ins Wallis, weil das sicher auch schön ist und deshalb kenne ich mich nicht aus und ich weiss noch, als ich zum ersten Mal da war, ich meinte, ich sei im Ausland, ich habe die Leute nicht verstanden. Ja. Es geht wahrscheinlich jedem so, ähnlich, also auf der Seite der Alpe. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, weil es gibt ja, habe ich dann auch gemerkt, es gibt das Unterwallis und das Oberwallis und das sind ja dann auch nochmal verschiedene Dialekte, das heisst, du kannst die an einen, kannst du dir gewöhnen. Also die verstehen sich gegenseitig auch nicht, oder? Ja, sie verstehen sich nicht, das weiss ich nicht, aber viele mögen sich nicht. Das ist sogar so ein, so ein bisschen Konkurrenzkampf. Ja, das hat mir noch oft so. Davos ist ja unterteilt in Davos Dorf und Davos Platz. Davos Platz, was bist du? Ich habe in beiden Orten gewohnt, aber es ist wirklich so, als man hat gesagt, wenn sich irgendwie einer aus dem Platz und einem Dorf im Wald begegnet, dann kloppen die sich dort, dann schlägt die sich ab. Ausser es kommt der dritte dazu, der ist von Davos Wald und der schlichtet dann. Du meinst, Davos Wolfgang oder so irgendwo, genau, ja. Genau, der ist dann schlichtet, ja. Was gibt es noch? Davos Wolfgang und es gibt noch mal irgendwas? Laret Montstein. Ja, 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 herrlich. Ja. Ja, also wenn du in beiden Orten bist, allein das gibt es schon, aber es gibt ja dann auch noch, ich glaube, Menschen, die in den Klosters sind, finden Davos, zu forsch und Menschen, die in Davos sind, finden Leute von Klosters zu eteppeteten. Ja, Davos ist eigentlich einfach, Klosters ist ein Vorort von Davos und umgekehrt, ja. Natürlich, natürlich. Aber im Wallis, im Wallis gibt es trotzdem sehr, sehr schöne Orte und ich finde, ich habe gemerkt, weil ich halt viel in Zermatt gewesen bin, ist das klar so ein bisschen so ein fast schon heimatbezogenen Ort geworden. Aber das Bündnerland habe ich jetzt auch schon ein bisschen entdecken dürfen. Und es ist schon, es klingt immer so abdroschen, aber es ist schon faszinierend, was für ein kleines Land wir sind, was für eine Vielfalt wir haben an Bergen und Berglandschaften und Orte, wo man herangehen kann. Und dann aber auch, dann denke ich mehr so an die Innerschweiz, was du dann auch noch hast, was für geile Seen wir haben und so. Also wirklich, es fehlt nur das Meer. Das ist wirklich das Einzige, was fehlt. Aber die Schweiz ist unglaublich vielfältig. Ich bin ja in Deutschland geboren und die ersten zwei Jahre habe ich im Kanton Appenzell gelebt. Also das ist ein Kontrast, du kommst aus Wuppertal und dann bist du plötzlich in Urnäsch bei der Silvesten-Kleuse. Urnäsch! In Urnäsch habe ich mal vier Tage den letzten Feinschliff gemacht von meinem vorletzten Solo. Ja. Da bin ich vier Tage eingesperrt. Gerade nachdem wir den allerersten Podcast mit dem Charlie aufgenommen haben. Weil einen Tag habe ich den noch irgendwie durchgelost, geschaut, Sachen rausgeschnitten und dann habe ich noch ein bisschen am Programm gefeilt. Wie bist du denn gerade auf Urnäsch gekommen? Ist der Leute nicht gerade so am Weg? Nein, es war ein Airbnb cooler Typ mit seiner Familie unten. Oben hat er so eine Wohnung hineingebaut und ich bin, warte jetzt, ich habe glaube ich zuerst in Marbach gespielt. Das ist Rheintal und danach, vier oder fünf Tage später, habe ich noch Tryout gehabt in Varduz. Ja, das ist schon Ausland, ja. Ja, und Rheintal ist sehr nahe aus dem Ausland. Also es ist ja wirklich schon fast Österreich. Und, und dann, dort habe ich noch, da habe ich noch keine fixe Schlaf- und Übernachtungsgelegenheit in Zürich und dann weiss ich noch, da hatte ich von Basel hatte ich müssen auf Marbach, drei, dreieinhalb Stunden ein Weg, zurück und dann drei oder vier Tage später auf Varduz, gleich der Stein, nochmal etwa gleich lang und wieder zurück. Und dann habe ich halt so ein bisschen eingereisen, was haben wir so in der Nähe und ich habe durch das halt weiss ich nicht wie viele Stunden gespart und dann bist du auch noch, mache ich immer gerne an einem anderen Ort, für dich allein, in aller Ruhe, um wirklich zu arbeiten. Es ist halt schwierig, wenn man so Larifari, kreativ, komiker, was weiss ich ist, dann musst du dir halt immer so ein bisschen Schranken geben. Aber es gibt ja viele, die sich dann zurückziehen in eine Alphütte und so sehr gut. Ja, es ist ein bisschen das Feeling gewesen und dann hast du das, Urnage ist jetzt natürlich nicht gerade im Rheintal gesehen und dann nicht gerade in Liechtenstein, aber es ist nur eine Stunde weg gesehen oder so vom einen zum nächsten und dann habe ich gefunden, das ist eigentlich noch easy und es ist mega schön gesehen, weil es hat genau das erfüllt, was man will. Landschaftlich super, also auch die Hügel oder dann, ich weiss, du bist mal am See, Alpsee gewesen und das ist wirklich eine tolle Wanderung, die man kann machen, dort am Alpstein und so. Sau schön, wirklich, sau schön. Wunderbar, die Vielfalt, die wir haben, in so einer, also du bist ja irgendwie in knapp zwei Stunden dort, oder? vor der Frau aus. Und dann hast du noch so etwas wie das Tessin, das kommt dann noch dazu, ja. Auch nochmal eine völlig andere Welt, also das ist schon, Schweiz ist schon. Aber als Comedian lernt man ja die Schweiz kennen, oder? Du bist ja viel unterwegs. Ja, aber das mache ich noch zu wenig, das habe ich ja dem Dodo gesagt, das mache ich noch viel zu wenig. Und zwar, ich weiss noch, wir haben mal, wo wir die eine Stand-up-Tour gemacht haben, wo ich das erste Mal, das erste Mal habe, durfte im Kopfmehl spielen mit den anderen Leuten, oder? Wir haben immer so ein Sheet gekriegt, weisst du, vom Veranstalter, wo irgendwie draufgestanden ist, dann Get-in, dann Soundcheck, dann das, dann das, dann das. Und, wo wir im Kopfmehl gespielt haben, haben sie das Sheet geschickt und haben gesagt, und übrigens, Kopfmehl haben noch standardmässig dazu geschickt, ähm, was sie, weil sie sonst halt so internationale Bands haben und so, ähm, so eine PDF, was man rundum kann machen, was es für Aktivitäten gibt, wo kann man go, äh, wellnessen, wo kann man go baden, wo kann man go, Sport machen, das, 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 quasi entdecken die Landschaft, dort kannst du wandern, alles, wirklich, das ganze Programm. Und habe ich das mal angeschaut, habe ich gedacht, ich bin so blöd, ich fahre hier quer durch die Schweiz, ähm, Tritt auf, mit der Zeit verschwimmt eh alles im Kopf, dass du nicht mehr genau weisst, welche Location ist jetzt, äh, wie sieht die schon wieder aus, und, also du musst schon ein paar Mal dort spielen, dass du dich dann daran gewöhnst. In Deutschland habe ich immer ein riesen, riesen Durcheinander, irgendwie verwechselte Bahnhöfe, ähm, verwechselte Hotels, obwohl ich immer an dem gleichen Ort bin, aber irgendwie vermisst er alles, dann denkst du so, ah ja, dort ist der Bahnhof, du hast so deine Places, wo du denkst, dann gehe ich sicher mal dort, asiatisch goessen, dann gehe ich sicher mal dort das go machen, und dann merkst du, ah nein, das ist, solange du auf der Bühne die Leute richtig begrüssest, und nicht irgendwie in Dortmund sagst, hey, ihr Leute in Kassel seid super, oder so. Ja, ja, genau. Da haben die Leute auch die meisten Angst davor, weil, ich meine, die Texte bleiben ja plus minus gleich, ähm, abgesehen von Improvisationen und so, und, das ist das Einzige, was sich immer verändert, also das ist ja das grosse Problem von Bands, weil eben Songs bleiben gleich, aber der Ort ist etwas anderes, und dort habe ich dann wirklich gedacht, ich habe gesagt, wieso mache ich nicht öfters früher noch abreisen, noch ein bisschen die Stadt entdecken, äh, oder die Ortschaft, ähm, und, und ich habe das mit, mit weiteren Sachen, zum Beispiel in Chur, wenn ich in Chur gespielt habe, und ich meistens noch eine Übernachtung genommen, und allein das, das hat schon mega viel ausgemacht, weil dann halt einfach, du bleibst noch dort, einmal bin ich mit irgendwelchen Studenten, bis irgendwie am 4 Uhr morgens in einem Club, wo sie noch Karaoke gesungen haben, und danach sind wir noch so, ein halblegalen Döner gehen essen, wo irgendwie, so vorne ist quasi, ist ja das Licht dunkel, aber hinten ist die Türe noch offen, ich weiss nicht, um 4 Uhr dürfen sie glaube ich nicht mehr, keine Ahnung, und, und dann irgendwie, habe ich schon ein völlig anderes Gespür, von dieser Stadt, klar, ich habe nur das Nachtleben erlebt, aber, aber ich bin trotzdem, ja, aber du triffst ein paar Menschen dort, und so, und das gibt, und ich bin in Chur gewesen, ich bin tatsächlich in Chur gewesen, ich bin nicht zu einer Relocation gefahren, dort auftreten und wieder gegangen, und, was natürlich ist, weil eben alles so nah ist, macht es extrem wenig Sinn, an diesen Orten zu übernachten, ausser, du spielst mehrmals, an diesem Punkt bin ich noch nicht, werde ich aber, hoffentlich, und ich denke auch, realistisch sein, dass ich dann halt an einem Ort, zweimal spiele, oder dreimal spiele. Wird es eigentlich auch Comedians, die mit dem Tourbus, oder mit dem Wohnmobil unterwegs sind, das wäre ja noch praktisch, fast schon ein Haufen Geld. In der Schweiz nicht, in der Schweiz nicht, du hast ja zu wenig Platz für so Sachen, das ist dann halt das Problem an der Schweiz, wo parkierst du denn das Ding? Ja. Bei vielen Locations haben wir schon Probleme, so Luzern, Altstadt, du musst dann eigentlich schon, von sehr weit weg, musst du dann das Zeug anschleppen, weil du kannst mit dem Auto nicht da hin. Und, das gibt es wenig. Ich weiss, dass der Gabriel Vetter, wo er Tryouts gemacht hat, hat er, das hat er aber immer noch, hat so einen VW-Büssli. Ja. So klassisch. Und, und mit dem ist er dann ein bisschen, quasi, wo er auch immer gerade Tryouts gespielt hat, ist er, glaube ich, auch geblieben, in dem Büssli. Im Deutschen ist es natürlich etwas anderes. Im Deutschen hast du Huren Nightliner und, und was weiss ich, wo der Mockridge auf Tour gesehen ist, klar, ist er auch noch der grösste und der erfolgreichste, aber, dem, dem seine Insta-Stories sind, zum Teil sehr beeindruckend gewesen, wenn er in so einem King-size-Bett in seinem Nightliner aufwacht und danach geht er zu den Storen und da ist irgendein Mann, ich frage mich nicht, Magdeburg. Also so ein richtiges Rockstar-Legend. Ja, das geht dann, glaube ich, schon sehr nach der Dane, ja. Und, ähm, das gibt es in der Schweiz weniger, sondern, was es eher gibt, eben, du penchst dann halt viele Locations, haben irgendwie noch halbwegs gute Deal mit einem Ort, so, mit einem Hotel und dann penchst dort. Also zum Beispiel, wenn der Zuccolini in Basel spielt, spielt er meistens so dreimal oder so und, äh, und einen von denen üben sehen wir uns dann sicher, ja. Oder, also, meistens gehe ich mit einem eigenen Kollegen, gehen wir dann wie ihm gehen, gehen und einmal, der hat auch ein Wochenende gespielt, dann haben wir uns, glaube ich, abgesehen von seinem Auftritt, haben wir uns die ganze Zeit gesehen. Dann sind wir wirklich so, Kaffee trinken, mega lustig, laber laber, irgendwann sagt, oh, ich muss mal langsam spielen, super, dann ist er gespielt, dann irgendwann nach der Show ruft er dran und sagt, hey, wir wären übrigens noch dort, ich bin ja gerade in der Nähe gesehen, okay, ich komme auch noch, und dort etwas trinken, nächster Tag, ähm, ja, ich nehme jetzt mal einen Kaffee, da und da, ich so zwei Stunden später, also, komme ich auch noch, dann jetzt oben in den Augen schauen, dann mit dem Kollegen noch etwas trinken, so, dann macht es natürlich Sinn. wenn du, es ist ja immer gut, wenn du, es ist ja immer ganz anders, wenn man irgendwo ist, in einer Stadt, und jemanden kennt und Leute hat, wo irgendwie einen da, hey, alles, was ich in Deutschland spiele, ist wirklich wie Ferien, klar, spielst du jeden oben, weil du überall jemanden hast, der wohl, nein, das ist mir, zum Teil in Berlin, wird es mir schon fast zu viel mitgeweilen, weil ich kenne so viele, und du hast dann fast so ein, so ein Gefühl von, ah, ich sollte jetzt eigentlich die Person aneinander treffen, und ich muss mich auch noch bei der melden, und so, im Gegenteil, also, wenn ich an Ort bin, gut, ich kenne an den meisten Ort irgendjemanden, aber grundsätzlich ist es wirklich einfach, ah, ich habe keine Termine, das geht ja gar nicht, also, berufliche Termine habe ich keine, außer dass ich zu oben an der Bühne X muss ready sein, um einen Auftritt zu machen, und Tag durch, es ist, es ist niemand zu rum, also, es ist wirklich einfach, es ist meistens sehr gut, zum Netflix bingen, und das machen ja die Leute in den Ferien, das habe ich ja festgestellt, wenn du Ferien hast, dann schaust du meistens irgendetwas, von A bis Z auf Netflix, vielleicht nicht gerade am Anfang, aber irgendwann, so, nach Woche 1, nach Woche 2, ja, die Fassen kommen und gehen, definitiv, jetzt sowieso, also, unglaublich, Leute für die Zeit, viele, viele Sachen habe ich jetzt angefangen, jetzt habe ich wirklich mal gefunden, jetzt nimmst du die Zeit, jetzt fährst du mal an, die Leute, habe ich geschaut, sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam, muss ich mir auch noch, und, und dann habe ich, dann habe ich mich unglaublich genervt, wo es fertig war, weil halt irgendwann ist es fertig, dann musst du etwas anderes schauen, dann hat es mir Luther vorgeschlagen, und was ist das? John Luther, DCI John Luther, mit Idris Elba, und, das habe ich schon immer schauen, ist mir schon hundertmal empfohlen worden, habe ich gefunden, ich fange mal an, jetzt bin ich fast fertig, so schnell kann es gehen, wie auch, der Podcast, ja, einen noch für das schlechte Übergangskässchen, nach, über 50 Minuten, ja, viel gelabert, aber ich glaube auch, wenig mit Inhalt, vielen, vielen Dank, Christoph, danke dir, nächste Woche, kommt er hier, wir haben es schon aufgenommen, aber er kommt dann, quasi, bleib gesund, bleib gesund, alles Liebe, und, bis dann, bis, Bis zum nächsten Mal.